Musik 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 So Freunde, dann wollen wir mal weiter üben. So toll sind wir ja noch nicht. Dauert also noch eine Weile. Wir müssen die Map kennenlernen. Musik Da sind wir dann nur Durchschnitt, aber damit kann ich leben. Ähm, nur Texas? Och ne, US-Texas ist dieses Schiff. Das kenne ich nicht. Ich kenne die Map nicht. Aber ich habe eine Decke bei. Ich weiß nicht, ob sie mir das bringt, aber mal gucken. Also ich habe die Map einmal? Zweimal glaube ich gespielt. Also jetzt das dritte Mal quasi. Also ich weiß, es ist ein Schiff. Durchschnitt ist schon klar. Es gibt so drei, vier Wege. Naja, mal gucken. Wieso darf ich denn nur zuschauen? Herrschaft, sichert und haltet alle Positionen. So. Na mal gucken was geht. Hier sind wieder die absolute Amateur-Truppe gegen die haltenden Profis. Schaltet den Feind aus. Wir nehmen Able ein. Able gehört uns. Der Feind hat Charlie. Werfe Granate. Der Feind kontrolliert Baker. Die Kommune. Ah, ja, kommt wieder einer von hinten. Ich muss mich hier mal aufwarten. Irgendwie muss ich auch noch den Ton auswerden, aber da... Wir haben die Führung! Ich weiß nicht, was es ist. Sie sind bis zum Bug vorgetauscht. Hier in die Mitte. Ah, da kämpft einer. Ich weiß nicht, wie man das hier ausstellt. Keine Ahnung, wie man hier sozial... Keine Ahnung, also wie man hier... Push-to-Talk und so ausstellt, muss man mal einer erklären bei Gelegenheit. Wie kann man hier die Leute ausstellen? Aufklärung aktiv! Wir haben ein Auge am Himmel! Ihre Kanonen! Feindlich ist geschützt! Lenkbombe ist gestartet! Ungeschütztes Ziel! Ich habe mich gerade verlaufen. Ich sehe halt meistens immer, dass das... Wir nehmen Baker ein! Wobei man hier nicht sieht... Baker wurde überrannt! Welcher Name zu dir gehört und welcher nicht. Der Level 2 Anub ist unserer. Aber... Baker wird abgeriegelt! B eingenommen! in blöden was? Tone Oh, die gehören ja zu mir Charlie gehört uns Able ist verloren Feindkontakt bei Charlie Traktischen Seitenwechsel haben wir jetzt gemacht, oder wie? Gehen zu mir, wieder nicht An der Trampe Baker wird versichert Er wird's nicht warten Aktivität auf dem Steuerborddeck Able wird abgeriegelt Aktivität am Heck Stehen schon zwei Mann und warten, Junge Wie cool Aktivität auf dem Steuerborddeck Dude, what the fuck are you doing, guys? Really? Ah, da rechts hat ich abgelegt, da hab ich schon gesehen Wir erobern Baker Der Feind erobert Charlie Die spielen wieder so gut zusammen im Team, dass du wieder keine Chance hast Weil, dass sie dann alle wieder zusammenstehen Am 1 gegen 1 Da hab ich ne Chance Ja, hier sind wir schon wieder am Spawncampen hier Das ist so schlimm, deswegen mag ich die Map Ich sag ja, du rennst irgendwo, du spawnst irgendwo direkt neben den Leuten Und dann knallen die dich direkt über den Haufen Baker gehört uns Auf die B Wir sind jetzt ganz dringend zur Halbzeit, mal in die Schnauze Feuer einstellen Oh, Wahnsinn, da hat er noch was getroffen Wir führen sogar knapp Hat er daneben geschossen Ja, wir führen Herrschaft, sichert und haltet alle Positionen Ausdrücken, schaltet den Feind aus Wir erobern Charlie Vorräte unterwegs, schützt die Abwurfzone Hat mich natürlich jetzt extrem viele Punkte gekostet, alle auszustellen Mörser eingesetzt, die Zone wird angegriffen Wir nehmen Baker ein Der Feind erobert Charlie Wir werden hier ausmanövriert Lenkbombe ist gestartet Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt Feindlicher Jagdflieger in Anflug, Entdeckung Feindliche Vorräte entdeckt Unterbindet den Nachschub Baker wird gesichert Auf Waffe knuffig Flieger bereit für die Mission Lenkbombe für Mission bereit B eingenommen Die nehmen Baker ein Batterie 1 feuer Zielposition bestätigt Den konnte ich nicht mehr kriegen So, hinten ist die Lenkbombe Lenkbombe abgebaut Able wird gesichert Das war klar, dass du direkt dann besnipert wirst Wir gewinnen den Kampf Feindliche Bombe im Anflug, in Deckung Das ist die Granate war gut verworfen, aber machen wir das mal nicht weiter Das ist die Granate war gut verworfen, aber machen wir das mal nicht weiter Ich gehe links, ich gehe rechts Sie nehmen Baker ein Baker ist verloren Feindkontakt bei Charlie Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt Sie erobern Charlie Mit ungeschützten Tür Mit ungeschützten Tür Feindlicher Artilleriebeschuss In Deckung Die nehmen Baker ein Baker ist verloren Ich sag ja, Campen ist das Beste Da kannst du richtig Kills mit farmen Einfach irgendwo stehen und warten Sie nehmen Baker ein Sie nehmen Baker ein Aktivität auf dem Backborddeck Sie erobern Baker Alles leer Das ist ja, ich bin so Camperanfällig, weil ich eben halt nicht auf Leute reagiere, die sich nicht bewegen Wir haben B verloren Sie wenden mich gesichtet Wir erobern Baker Ich weiß auch nicht, wo der B-Punkt ist, das ist echt so schwer Ja, du weißt nicht, wie weit dieser Punkt ist Der ist relativ nah an dieser Flagge dran Sie nehmen Baker ein Sie nehmen Charlie ein Feindkontakt bei Charlie Ja, gewonnen haben wir trotzdem Gut gemacht Soldaten Geht nach hinten und ruht euch etwas aus Ich bin schon ganz, ganz okay, was ich abliefer War natürlich klar Ich bin abgeschossen Aber das merkt man schon, wenn ich dann halbwegs weiß, wo der Gegner steht Teilweise sieht das schon echt gut aus Teilweise läuft es totale Scheiße Ich hätte gerne auch mal so eine Kiste Ja, warum denn auch nicht? Die ganzen Veteranen kriegen ihre Kiste Die absoluten Kacknubs und die Durchschnittsspieler mit 25 Die kriegen gar nichts Sehr gut Oh komm, wir spielen noch eine Runde schwimmen noch Können wir ruhig zusammendürfeln Das war eigentlich recht, recht knapp Wie kann man hier voten? Geheim Jeder macht mal eins Wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt In der Zeit, wo sich alle entscheiden können Trinke ich einen Schluck Schön leckerer Eis Santerino und Da müssen wir auch mal gucken In Frankreich Ah ja, ich erinnere mich Auch erst zwei, dreimal gespielt Mit dem Häuschen in der Mitte Wo ich meine Esmin dabei hatte Ja, wir üben ja noch Wenn ich 500 Spieler hab, wenn ich so viele hab wie H&G, Junge Dann bin ich hier, glaub ich, ziemlich gut Oder sonst wäre auch langweilig Wäre auch schlimm, wenn nicht Herrschaft, übernehmt die Kontrolle Verzeihung Rückt vor und kontrolliert sie Abel wird gesichert Wir haben die Führung Wir verschanzen uns bei Abel Der Feind kontrolliert Charlie Das ist Mapkenntnis Fünf Sätzen Baker wird abgeriegelt Wir verschanzen uns bei Baker Charlie wird gesichert Charlie wird gesichert Sie nehmen Baker ein Wir haben B verloren B Eingenommen Die Aufklärung sucht nach Zielen Die Aufklärung sucht nach Zielen Du machst es Okay Weglaufen, 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 weglaufen Weglaufen Daher Krieg ich noch C Sie erobern Baker Sie nehmen Able ein Lenkbomber abgeworfen Wieder Assists bekommen Schlecht geschossen aber es reicht da aus Schlecht geschossen aber es reicht da aus Abgeriegelt Sie erobern Baker Wir halten Able Wir haben B verloren 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 Brauch Munition Brauch Munition Ja Und wo hat der denn Ich wurde doch von hinten erschossen Von hinten oberhalb kamen die Schüsse durch Der Feind erobert Able Was ich direkt gerade im Nachladen Passiert Able wird gesichert Miene gelegt Oh dauert das lange Oh dauert das lange Wir verschanzen uns bei Able Aaaaaaah Ich habe genau auf dem Kopf gezählt Junge zählt nicht Feindkontakt bei Able Charlie wird gesichert Sie nehmen Able ein Sie erobern Baker 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 Schön dass ich hier wie viele Wir verschanzen uns bei Able Punkte ich hier bekomme Sie erobern Able Oh Alter Jetzt hat mir eine Granata gefehlt Es ist immer traurig Der Feind erobert Able Sie erobern Able Lass mich raten Wie viele Leute habe ich gerade weggeholt Einen bloß Lass mich raten Lucky is a bitch Charlie wird gesichert Sie nehmen Able ein Sie erobern Baker Feuer einstellen Fuck Fuck Ich glaube ich bin der einzige der Report Hackers Jawoll Wer ist denn hier der Hacker Wir sind doch alle scheiße Ist halt nicht wirklich einer dabei Der jetzt hier mit 30-0 rausgegangen ist Herrschaft Sichert und haltet alle Positionen Wir führen Ausrücken Schaltet den Feind aus Charlie wird abgeriegelt Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt Wir halten Charlie Wir brechen ihnen das Rückgrat Der Feind kontrolliert Able Ich hab mir wieder zwei Sekunden zu spät umgedreht Wir erobern Baker 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 gehört uns Na wo bin ich hin mein Freund Sie erobern Baker Lucky 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 Baker wurde überrannt Ich hab ihn nicht hin Ich hab ihn nicht hin Ich darf eine Hauptgranate Die nehmen Charlie ein Die nehmen Charlie ein Wir nehmen Baker ein Das Restaurant Baker gehört uns Schlecht geschossen, aber noch evidiert. Sie nehmen Baker ein! Er ist erledigt! Abel wird gesichert! Aufklärungsschlieger bereit! Wir kontrollieren alle Ziele! Die Linie halten! Sie nehmen Baker ein! Aufklärung in der Luft! Baker wurde überrannt! Die Aufklärung sucht nach Zielen! Sie nehmen Abel ein! Ich lade nach! Lenksbombe für Mission bereit! Baker wird abgeriegelt! Feindkontakt bei Charlie! Wir haben C verloren! Und wer ist die Seite gewechselt? Aufklärungsflug abgeschlossen! Feindliche Bombe im Anflug! Sie nehmen Baker ein! Lenksbombe ist gestartet! Jagdpilot im Anflug! Angriff auf das C! Wir haben C verloren! Wir erobern Baker! Artillerie bereit für Befehle! Wartet auf Koordinaten! Der Feind erobert Abel! B eingenommen! Lenkbombe ist gestartet! Sie erobern Baker! Die Visionsartillerie feuer! Zielposition beländigt! Wir haben A verloren! Wir nehmen Abel ein! A eingenommen! Ich brauche... So, wir arbeiten immer noch an! Sie erobern Baker! Wir haben auch Baker! Wir haben auch keinen! Wir haben B verloren! Feindlicher Artilleriebeschuss! In Deckung! Wir erobern Baker! Feindkontakt bei Abel! Feindkontakt bei Abel! Schütze! Dropkontakt! Wir erobern Baker! Ach, scheiße! Doch lieber die Granate werfen sollen! Wir nehmen Abel ein! Wir halten Abel! Spannendes Spiel! Immer wieder knapp! Wir halten Baker! Das ist so glücklich teilweise hier! Die Abschüsse! Die Aufklärung sucht nach Ziel! Der war auf AFK oder ich weiß nicht! Jagdflieger ist bereit! Bitte Angriff anfordern! Ah, wie eine One-Shot-Karabiner! Lenkbomber abgeworfen! Sie nehmen Baker ein! Sie nehmen Abel ein! Sie erobern Baker! Jawohl, sehr gut! Hey! Und zum ersten Mal, meine Damen und Herren, sind wir halbwegs in der Position, wo man sagen kann, der kommt direkt von hinten rein, hat er schön gemacht. Alles Hacker! Alles Hacker-Camper! Wir sind alles Hacker-Camper! Ich vor allem nicht, ich bin das Schlimmste hier. Wo ist meine Siegestrophäe? Ich will auch mal gezeigt werden. Hero Ronan auf Platz 2 mit 31,12. Ja, das ist schon hart. Gehniveau! Ne? High five! Hey! Da kann man doch mal, da kann man doch mal glücklich sein. Ne? Da war der Gegner dann auch nicht mal ganz so gut, da hat man dann auch mal Chancen nachher. Da hat man echt mal gute Karten. Aber hey! Wir üben noch. Kann man erstmal stolz auf sie sein. Und wer es verfolgt, der merkt, man wird langsam besser. Okay. Okay. Okay.